In der Ortenau hat am Morgen die Weinlese begonnen. Die Winzer vom Zeller Abzberg haben die Ernte der Rebsorte Findling gestartet. In Zellweyerbach wurden rund 3000 Liter gelesen, die schon Mitte oder Ende der Woche als neuer Wein auf den Markt kommen. Die Winzer vom Zeller Abzberg sind traditionell die ersten bei der Weinernte. Die Hauptlese wird voraussichtlich Mitte September beginnen. Insgesamt erwarten die Weinerzeuger für diesen Jahrgang größere Mengen als in den vergangenen Jahren.